Ohne Sattel, das macht schon Spaß. Es ist natürlich immer ziemlich rutschig, also es ist angenehmer mit Sattel, aber ohne Sattel macht es halt auch mega Spaß, weil man fühlt halt viel direkter wieder, wie die Hilfen angenommen werden und wie das direkt umgesetzt wird. Dann kann man nicht so viel schief sitzen, wie man es vielleicht im Sattel eher kann, weil man einfach durch so viel durch die Pauschen und durch die Steigbügel immer noch auf dem Pferd gehalten wird. Aber jetzt ohne Sattel, wenn ich da zu viel nach rechts rutsche, dann bin ich auch auf einmal weg vom Fenster. Deshalb muss ich da schon ein bisschen besser auf meinen Sitz achtgeben. Da kann man ganz gut oder ich kann da ganz gut überprüfen, ob das denn so fruchtet, was ich mit Sattel mir da zusammenfabriziere. Und ja, meistens funktioniert es und es macht halt einfach Spaß. Der Dino kriegt den Kopf frei. Ich auch.